Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt es angeklickt, weil ihr wissen wollt, wie man Admurai als Pokémon in Terra Raids spielt. Ich möchte euch ihn heute als physischen Wasserangreifer vorstellen. Das ist für mich das beste Setup und ich finde, er hat eigentlich Potenzial zu den Top 3 physischen Wasserangreifern zu hören. Da würde ich noch Azumarill und Garados mit dazuzählen, aber sonst würde ich auch Admurai auf jeden Fall spielenswert empfehlen. Natürlich Typ Wasser, Terra Typ Wasser. Ich habe jetzt hier den Titan genommen, weil es ein Ticken leichter gleich wird wegen einer Attacke, aber ich erkläre euch, wie man es auch so bekommt und das wäre das Moveset. Ich erkläre warum. Wir fangen an, Schwerttanz. Erhöht uns unseren Angriff immer um zwei, also maximal dreimal einsetzen, dann sind wir auf unserem maximalen Angriff. Dann hatte ich überlegt, er könnte auch Kreideschrei. Mein Problem ist aber, ich habe keine Lust in einem Raidkampf dreimal Schwerttanz einzusetzen, dreimal Kreideschrei einzusetzen, plus Kreideschrei kann verfehlen. Der Boss resettet Werte, man ist irgendwie nur am Einsetzen von Attacken ohne was zu machen. Deswegen habe ich mir gedacht, ich nehme Regentanz mit rein, wenn ihr es benötigt. Also man muss es nicht spielen, das wäre so ein bisschen der Boni. Einfach um auf einmal einen 50% Boost auf Wasserattacken zu bekommen. Und sonst spielen wir Energiefokus. Energiefokus erhöht die Volltrefferquote unseres Pokémon um zwei Stufen. Das heißt, wir bekommen von der Volltrefferquote von 1 auf 3. Und mit Aquaschnitt ist eine Attacke, die auch nochmal eine Volltrefferquote höher hat. Das heißt, mit Energiefokus in der Kombi macht ihr nur noch Volltreffer. Und Volltreffer machen auch 50% mehr Schaden. Das heißt, ihr habt hier ungefähr eine 105er Attacke, könnte man so grob sagen, als Wasserangriff. Also 50% oben drauf. So grob. Das heißt, wir pushen uns mit Schwerttanz auf plus 6, viel Energiefokus und dann Aquaschnitt. Wie gesagt, Regentanz könnte man optional noch reinpacken, um weitere 50% Damage Boost zu bekommen. Aber es müsst ihr so gesehen nicht. Aber ich finde Energiefokus und Regentanz besser, als wenn man dreimal Kreideschrei einsetzen muss. Und Regentanz wird halt nicht resettet zum Beispiel. Also schon nach 5 Runden resettet, aber es wird halt nicht irgendwie durch einen gegnerischen Boss resettet. Wisst ihr, was ich meine? Itemmäßig habt ihr eine Option. Ihr könnt hingehen und könnt sagen, Leute, ihr spielt das mit Expertengurt. Ihr könnt das, also Expertengurt wäre jetzt zum Beispiel, um einen 20% Damage Boost zu bekommen, auf die Attacke nochmal selber. Das wäre jetzt hier zum Beispiel von Garados, was ich ausgerüstet habe. Also hier Expertengurt gibt 20% auf sehr effektive Attacken. Ihr könnt aber auch hingehen und könnt sagen, ich spiele das mit einer Muschelglocke, weil ihr sagt, ich brauche ein bisschen Heilung, weil das Moveset hat ja keine Heilattacken. Deswegen könnte man das mit einer Muschelglocke, das wäre auch meine Empfehlung, eine Muschelglocke reinzupacken. Es ist ein bisschen eure Sache, auf was ihr ein bisschen Bock habt. Ich finde aber Heilung ist nie verkehrt, deswegen nehme ich die noch mit rein. Man muss dazu sagen, warum ich gemeint habe, warum der Titan besser ist, ist, Aquaschnitt kann Atmurai selber so nicht erlernen. Das ist eine Zuchtattacke. Aber zum Beispiel bei Londa oder Agilusa können beide Aquaschnitt, das heißt, ihr könnt über Kopierkraut Atmurai auch Aquaschnitt beibringen. Die Fähigkeit Leute, Panzerhaut, da habe ich mit reingenommen, weil wir halt keine Volltreffer mehr kassieren können. Ist ganz angenehm. Die zweite Fähigkeit, die Atmurai hätte, wäre Sturzbach. Und Sturzbach heißt, wenn ihr unter 33% Leben fallt, machen eure Wasserattacken 50% mehr Schaden. Ist eine coole Fähigkeit. Wenn man mit Muschelglocke spielt, auch eigentlich ganz cool kombinierbar. Ich würde es ein bisschen euch überlassen. Ich finde Panzerhaut ganz angenehm, weil Volltreffer oft sehr wehtun. Aber ich kann es auch verstehen, wenn jemand sagt, ich will lieber Sturzbach haben für mehr Damage ab 33%. Vollkommen verständlich. E-Force natürlich, KP und Angriff, weil wir physisch spielen. Genauso wie das Wesen auch hart sein sollte. So, hartes Wesen. Wenn ihr kein hartes Wesen habt, einfach eine harte Minze geben. Geht auch vollkommen. Wenn jemand Probleme mit E-Force und D-Force hat, Leute, einfach in die Beschreibung schauen. Da verlinke ich euch ein Video, wo ich euch das Ganze nochmal erkläre. Ich würde sagen, ich zeige euch mal ganz kurz ein Beispiel, wie man Atmurai in den Raids spielt. Und dann sehen wir uns. So Leute, wir haben hier ein 6-Sterne-Visca. Boden-Raid. Und schauen wir mal, wie das Ganze so abläuft. Vielleicht kriegen wir es hin. Ich hoffe, es wird euch gerne zeigen, dass das Moveset recht gut funktioniert. Und wir wirklich guten Damage machen. Ich finde es nicht schlecht. In den Tests natürlich, wo ich es vorhin ausprobiert habe, war es sehr gut. War aber auch ein Feuer-Raid, der relativ leicht war als 6-Sterne-Raid. Daher gucken wir mal, wie es gegen Viscar-Gorgon aussieht. So. Natürlich muss man sagen, man kann nicht jeden Raid gleich spielen. Weil manchmal resetten die Gegner etwas früher die Werte. Manchmal, oh, er kann Blattgeisel. Okay, gut, da habe ich überhaupt nicht dran gedacht, dass er Blattgeisel kann. Natürlich ist das jetzt recht schlecht für uns. Weil ihr seht, wir kommen hier auf nicht so gut weg. Ich mache mal ganz kurz Regentanz rein. Einfach vielleicht für die nächste Runde schon mal Regentanz draußen zu haben. Einfach um mehr Damage zu machen. Er macht schon wieder Blattgeisel. Wir überleben das Ganze. So. Ich könnte jetzt probieren, dass wir mal einen Aquaschnitt einsetzen. Weil wir haben jetzt schon mal einmal Schwertanz drauf und einmal Regentanz. Ist schon mal ein guter Push. So. Und man sieht, okay, Damage-mäßig. Ja, wir halten uns ganz gut hoch. So, gucken wir mal. Er macht Regentanz. Warum auch immer er jetzt Regentanz macht. Das heißt, wir können jetzt, oh, er setzt Surfer ein. Okay. Das geht. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt nochmal einen schönen Aquaschnitt. Einfach um noch mehr Leben zu bekommen. Ihr seht, hierzu wäre wäre das jetzt so ein Kampf. Da kann man keine Standard-Taktik fahren. Mit, wir machen jetzt dreimal Schwertanz. Wir machen jetzt dreimal das. Weil es geht gerade nicht. Er hat eine Attacke, die uns ein bisschen nervt. Ähm. Hat recht gut Damage. Obwohl er keine Volltreffer machen darf eigentlich. Okay. Sehr überraschend. So. Ich würde jetzt vielleicht sogar sagen, in dem Setup würde ich sogar jetzt vielleicht einen Tod bitte in Kauf nehmen. Weil ich jetzt, ähm, darf er jetzt zuerst angreifen? Okay, gut. Manchmal ist es ganz merkwürdig. Manchmal, man darf die ganze Zeit selber zuerst angreifen. Dann darf der Gegner zuerst angreifen. Verstehe ich manchmal nicht. Ähm. So. In dem Setup würde ich jetzt beide hingehen und würde sagen, okay, man probiert ein bisschen aus, dass wir jetzt auf Energiefokus gehen, um mit einem Crit mehr Damage zu machen. Das wäre jetzt zum Beispiel so der Ansatz, den ich jetzt probieren würde. Ich würde sagen, okay, Energiefokus rein. Er macht eine Blattgeißel. Manchmal ist es doof, dass wir unser Leben nicht sehen. So. Also er darf anscheinend anscheinend jetzt immer zuerst angreifen. Okay. Er hat unsere Werte resettet. Jetzt greifen wir wieder zuerst an. Okay. Manchmal ist es super skurril. Wenn ich das mal erklären kann, warum das so ist, würde mich mal mega interessieren. So. War natürlich jetzt kaum Damage. Hat Geißel verfehlt. Sehr gut auf jeden Fall für uns. So. Jetzt können wir hingehen. Ähm. Man könnte jetzt sagen, wir machen nochmal einen Schwertanz. Einfach. Er verfehlt schon wieder. Okay. Und noch besser. Weiß, wir gehen jetzt schön auf Schwertanz. Puschen uns jetzt schön hoch. So. Und jetzt haben wir einmal Schwertanz drauf und wir haben Energie. Wir haben jetzt hier Energiefokus. Das heißt, ich gehe jetzt auf Aqua. Durchschnitt. Immer versuchen Leute, auf das Leben von euch zu achten und versuchen immer das Bestmögliche mitzunehmen. Also ich versuche jetzt hier gerade immer so Stück für Stück einen Schwertanz mit reinzupacken. Energiefokus draußen zu haben. Und auf die Terra-Kristallisierung zu kommen. Dass wir das Schild von ihm recht gut wegbekommen. Das ist immer die Mission. Das Schild muss auf jeden Fall weg. Ja. So. Wenn jetzt die Damage man hier sieht, das machen wir relativ guten Schaden. Obwohl wir jetzt noch nicht viel drin haben, weil wir auch Volltreffer machen. Wir haben auch nicht mal den Regentanz draußen. Muss man auch dazu sagen. So. Er hat sich von allen negativen Effekten frei. Das ist nicht schlimm. Er macht eine Blattgeißel. Macht recht guten Schaden. So. Ich würde jetzt weiter auf Aqua-Schnitt zum Beispiel gehen. Und würde wirklich versuchen, dass wir das Schild wegbekommen. Zack. Schild weg. Wir kommen durch Volltreffer. Okay. Der hat 50% Damage Boost. So. Leben müsste jetzt wieder gut hochgehen. So. Bild ist gebrochen. Er macht Regentanz. Für uns jetzt gerade auf jeden Fall ein guter Push. Und dann gucken wir mal. Er macht eine Blattgeißel. Überleben. Okay. Knapp, knapp. Und jetzt müssten wir eigentlich zuerst angreifen dürfen. Und wir müssten jetzt eigentlich den Rest geben. oder? Ja. Sehr effektiv. Volltreffer. Wegen Energiefokus, Leute. Bam, bam, bam. Einfach durch. Und wir sehen bei 8, 5 Schläben sind wieder voll. Bin ich schon down? Wollte gerade sagen, er ist down. Jetzt seht ihr, wir haben mit Admorai einen 6-Sterne-Raid gespielt. Gegen ein Pokémon, was sogar eine sehr effektive Attacke gegen uns einsetzt. Ja. Und wenn ihr den jetzt noch gegen ein Pokémon spielt, was keine sehr effektive Attacke gegen euch hat, ist das Ganze noch viel, viel entspannter. Die Mission, habt ihr gerade gesehen, ist, Regentanz eigentlich rauszubekommen, Minz ein- bis zweimal Schwertanz rauszubekommen und Energiefokus, dass ihr die ganze Zeit grittet. Das war im Prinzip jetzt gerade mein Plan, immer zu versuchen aufzubauen. Und deswegen finde ich das Setup eigentlich ganz geil, weil man wirklich richtig guten Damage haushauen kann in relativ kurzer Zeit. Und ich habe nur einen Tod in Kauf genommen, aber das war halt mein Regentanz-Opferung. Ich finde es cool. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das Setup seht. Ich werde ihn wahrscheinlich in Zukunft als physisches Wasser-Pokémon die ganze Zeit spielen. Also es wird mein neuer physischer Wasserangreifer. Ich werde dazu Meryl wahrscheinlich eher ablösen, eher als physischen Feenangreifer, aber das ist was anderes. So Leute, also vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Und dann sehen wir uns. Bis zum Ende. Und ciao.